Zwei Teams. Ich sehe fünf Leute noch. Sechs, sieben, acht. Die müssen weg. Mecken hier den Boy. Oh, ich bin auf dem Dach gelandet. Oh Gott, hier eine Pistole. Gib ihm! Ja, das war's. Oh Junge, jetzt... Ja, nice. Die macht alle platt, oder was? Ich glaub, sie hat keine Munition mehr. Ich glaub, sie hat keine Munition mehr. Hol uns wieder eine Sohn. Komm rein, mal Tür zu. Wenn du stehen bleiben würdest. Schön. Oh, ich wollt grad sagen, ey. Wollt du mal angst bitte wieder? Ja, bitte. Tür zu. Hast sie komplett weggemacht? Ja. Sehr gut. Wir hatten halt nichts. In dem ganzen Zimmer war eine Pistole. Und wir sind mit den Fäusten auf sie losgegangen. Was kann die auch so gut aimen, die alte Hure? Hier. Oh, nice. Hier bei uns ist er. Da vorne lief einer, lief einer. Oh Gott. Nice. Instant down. Cool, Mann. Wo ist der? Na ja. Kann auch mal auf das Game. Ja, natürlich. Rektor. Nice. Hinter dem blauen Haus ist noch einer am Zaun. Ja, hab ich gesehen. Oh mein Gott. Oh, hi, Hannes. Oh, der will mich haben, der will mich haben. Er kommt jetzt, er kommt jetzt. Er ist. Nein! Ich hab geschossen! Mit dem Haus. Wird gleich hochkommen. Ne. Oh. Okay. Hier im blauen Markt sind die runtergegangen übrigens. Ne, das wäre jetzt so eine perfekte Landung gewesen fürs Töten am Anfang. UMP wäre es der Helm. UMP wäre es der Helm. Bitte sag mir, dass die Smoke von euch ist. Sie war von Maße. Nein, ich hab keine geworfen. Sie war von Maße. Sie war von Maße. Ich hab keine Ahnung. Nein, ich hab nur Blankgranaten. Meine auch nicht. Also ist hier noch jemand. Großartig. Hol Dings ab. Ne, ich hab hier. selber was. Fahrt weiter. Achso. Okay. What? Ich hab mir die Siedlung angeguckt. Hier steht Motorrad. Okay. Lock in the spot. Was soll ich mal einen Platz brauche? Ich hab noch zwei. Ist dann die Zone hier blau oder so vielleicht? Fahr nach gelb. Oder gelb. Also gleiches Spiel wie eben. Stich. Ich lege mal alles hier hin auf den Tisch was ich hab. Hast du denn als erster Fraser? Achter Scope hab ich schon. Ach komm, dann nehme ich die AK anstatt die M16. Wird sie die SKL haben? Ne, braucht auch Firmharmonie. Die Oma oben darf es übrigens noch ein Zweier ebenfalls ändern. Ja, ich hab aber, warte. Dann machen wir es so. Kannst du die Siebharmonie droppen? Ja. Ich würde lieber mit AK spinnen als mit der SKL. Ja klar. Und was war denn drin im Job? Ne Barzooka. Wo hast du dein Schassmotor? Ja hinterm Haus. Tschüss. Okay, alles. Okay, alles. Ne, es ist noch voll. Oh, hier kommt. Na. Der Tod kommt. Oh, noch ein Motorrad. Eieieiei. Wer von den Idioten hat ne SR? Ich hab eine. Ich hab keine. Ich würde gerne eine haben, wenn du eine hast. Ja, hier liegt. Da liegt was. Sache für ne SR. Kannst du noch Firmharmonie droppen oder irgendwer? Firmharmonie geht dir nicht. Ich hab ne AK, sorry. Warte, ich kann dir was geben. Komm mal her. Ja. Ich folg den einfach mal und hoffe, dass die Hügel und sich töten. Oh, nach vorne ist ein Dings. Guck mal, die sind schlau, die steigen um. Hier links hoch. Steig doch ein, Junge! Ja, chill doch mal. Wer ist jetzt gestorben? Ich wär einfach losgefahren, da wär mir egal gewesen. Was hättest du auch sonst machen sollen, wenn er gestorben wäre? Trauern? Out, äh, Türen sind offen? Über uns, die sind über uns drin. Echt jetzt? Komm da runter. Der fliegt gerade in dem Game. Wie auch immer das ging. Hä? Warte mal. Hast du dich selbst mit deiner Granate ge... Nee, nee. Das lügst du? Du bist so nutzlos, ne? Hörde mich. Hast du ein Dings gehabt? Ich hab grad da oben wär einer drin gewesen. Hab ich auch gedacht, weil die Türen offen sind, deswegen hab ich die Granate geworfen. Ja stimmt, das wär einfach nur ne so... Nein. Und die Ecke, wo wir hinfahren, da waren die Typen. Ja, hier waren die Typen. Schüsse rechts. Ich weiß. Äh, er cruised. Ach, wirklich was. Ist okay. Geil, ne? Fallen über! Ja, ich weiß. Äh... Hier seid ihr am Motorrad. Äh... Ich hab nach hinten geschossen. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Wir bleiben hier, bleiben hier. Alter, ich werde immer noch beschossen. What the fuck. Ja, hier sind ja auch über Leute. Gut, dass die uns irgendwie gewirrt haben. Ah, sorry. Ich hab auf die geschossen. War nicht geil, dass die uns ignoriert haben, oder? Ich hatte dich aber nicht mal... Ich hatte dich aber nicht mal im Visier, sorry. Okay. Oh, hinter uns ist ein Drop runtergegangen. Ja, ist halt jetzt Open Green Field leichter. Wir müssen hier raus und die haben uns... Wir müssen eh nach hinten raus, ja. Wir müssen raus und die wissen, wo wir sind. Oh. Oh. What the fuck. Die Car aus der... Aus der anderen Siedlung. Ja. Alter Schwede. Welche anderen Siedlung? Hier... Hier... Rechts. Südlich. Metrol? Holst du mich wieder, oder lootest du schön? Das Ding jetzt hört ich wieder, Mann. Ich wollt... Junge, mach doch nichts. Wow. Mein Leben. Ich seh den nicht. Keine Ahnung. Ja, hier vorne bei den gelben Hütten. Roter... Ja, aber ich stand ganz ober am Dach. Ja, roter... Ja, ich weiß... Ich... Schätze ich nur. Das Auto steht da auf dem Dach. Genau. Voll gut. Ich hab nur noch... Vier Rüstung auf meiner Weste. Hat der einen Helm? Ja, aber... Deine Weste war die andere Frage. Ja, aber... Die liegt nach einer... UMP auf dem Boden mit Scheidern von alles. Das ist meine Eite. Das bringt niemanden voran. Ja, aber Hannes spielt da mit einer. So. Ich muss ihn gleich raus. Vier Sekunden. Ich geh jetzt raus. Außer das Fenster hast mich... Nein, du bist noch raus. Ich hoffe, dass keiner hinter dem Hügel... Da, Hannes rechts von dir. Oh mein Gott. Keine Munition. Alles klar. M24. Pass auf, der hat eine M24. Links von uns haben Hügel auch Westen. Woa... Mit der K hat er dich. Boah... Insofern. Aff's dir geht... Zu dir geht... USA. Vielen Dank.